Dann ein Elternteil kommen. Für die Zeugnisausgabe. Dann habe ich gesagt, möchtest du, dass Papa kommt oder ich? Nee, du. Ja, ja. Oder habe ich gesagt, nee, dann komme ich dann. Dann komme ich da für eine Viertelstunde und das Zeug, das war's dann. Dann heißt es einen schönen Weg. Tschüss. Heute hat er sein Zebrahug und sein Rechtschreibheft wieder gepflegt. Auch ein Smiley mit Krönchen. Er sagt, dass man heute das Einzige gesehen hat. Ich habe das Einzige als der erste gesehen hat, dass ich es gesehen habe. Ich hoffe, dass er hoffentlich kommt von der Rechtschreibhund. Vielleicht gibt es dann in Rechtschreibung noch keine.